Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Und zwar feiern die Bergler-Burben ihr 100-jähriges Jubiläum. Mehr dazu erzählt Ihnen Herr Baskutini. Ja, ich möchte euch herzlichst einladen zu unserem Festabend der Bergler-Burben. Wir feiern das 100-jährige Bestehen. Eigentlich haben wir schon 101 Jahre, durch die Pandemie haben wir es müssen verschieben. Aber wir werden das in Form eines Festabends gestalten. Die mitwirkenden Gruppen sind die größere Garinett-Musik, der Bayerinnen-Kar aus Volzberg, die Sundberger-Sänger aus der Gal, die Krenn-Karierten aus Faunsdorf, Familienmusik Baskutini, dann ist die Tanzgruppen- und Plattler-Gruppe der Bergler-Burben und die Theaterrunde der Bergler-Burben wird auch eine Kleinigkeit bringen. Eine Abordnung der Bergkapelle Faunsdorf wird im Foyer die Leute begrüßen mit der Pornetti Stiegln. Wir haben eine kleine Ausstellung drin, eine Zeitreise, wo wir Bilder und Trachten ausstellen. Also es sollte eigentlich ein schöner Abend werden. Wer Korten braucht, also im Vorverkauf gibt es in Faunsdorf in der Trafik Knefts Korten und bei uns, bei der Familie Baskutini oder auch bei Mitgliedern des Trachtenvereins sind sie erhältlich. Telefonnummer 0664 73 55 88 16 Also wir würden uns freuen, wenn wir nach Haufenleit kämen würden. Danke!